Gladbach, dies, das. Wir reden über die einzigbare Borussia aus Mönchengladbach, der frohlen Elf von Niederrhein. Die Uhr geht falsch. Wir sind jetzt gute anderthalb Stunden nach dem Spiel gegen den Rekordmeister FC Bayern München. Dem Topspiel ist abends und wir haben 2-1 verloren. Rico. Wie fühlt man sich nach so einem 2-1? Wie fühlt man sich? Wie fühlst du dich? Ja, nicht gut. Bis zur 87. wäre man mit dem 1-1 zufrieden gewesen. 2-1 war auch verdient. Bayern hatte 15 Ecken, hat uns in der 2. Herbst auf jeden Fall ganz gut unter Druck gesetzt. Wir werden ja in die Wand gespielt. Aber es gab ja immer wieder auch 1-2 Situationen, wo man gesagt hat, es könnte jetzt nochmal ein Konter kommen. 1-2 Abschlüsse, ein paar Situationen noch nicht vernünftig ausgespielt. Aber klar, unter Strich muss man sagen. Also, das ist schon verdient. Aber ich habe auch echt diesmal gedacht, wir können es vielleicht irgendwie über die Zeit bringen. Ich hatte das Gefühl, dass sich hinten alle total reingehauen haben. Wirber hat ein geiles Spiel gemacht. Itakura hat ein überragendes Spiel gemacht. Aber irgendwie war es dann überfällig. 2-1. Muss man so sagen. Ich bin auf jeden Fall ganz schön enttäuscht. Also, ich wollte gerade sagen, wie fühlst du dich? Enttäuschung. Ich bin auf jeden Fall enttäuscht. Ich habe natürlich mit wenig gerechnet. Wenn Bayern jetzt zu Gast kommt, gerade nach dem 3-0 gegen Leverkusen, konnte man es schon auch erwarten, dass uns ein ähnliches Spiel erwartet. Ich habe das Gefühl gehabt, dass heute viel mehr Sachen funktioniert haben als gegen Leverkusen. Wir standen kompakter. Wir standen einfach strukturiert. Wir hatten Aktionen nach vorne, die gegen Leverkusen teils auch irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Umso ärgerlicher ist es halt, dass man sich nicht belohnt. Jetzt kommen wir direkt schon zu den zwei Tops? Nee, ich würde sagen, erstmal so vielleicht allgemein, erstmal einfach Bock zuzugucken. Also, ich habe auch jetzt nach einer Niederlage und ich bin enttäuscht. Ich habe trotzdem schon wieder Bock aufs nächste Spiel. Weil ich glaube, dass das echt eine Situation und eine Saison werden könnte, wo man eine richtig gute Entwicklung sieht. Wir haben jetzt Spiele gehabt, wo man sagt, okay, lief jetzt nicht alles ganz glatt. Aber ich habe echt das Gefühl, dass sich da was formt und dass wir auf jeden Fall im Laufe der Saison eine Entwicklung, einen Prozess sehen können, der uns nach vorne bringt. Da hatten wir heute auch direkt zwei Spieler, mit denen man ja zumindest mit dem einen hat man nicht gerechnet. Also, dass Nikolaus ins Tor geht, das hat, glaube ich, jeder erwartet. Aber dass Rocco Reitz da, so ein starker Debüt, ich weiß es gerade gar nicht. Oh. Nee, er war schon mal in der Startelf. Er hat schon zwei Jahre in der Startelf gespielt. Aber das war halt auch richtig... Das war ordentlich. Das war richtig ordentlich. Das war ordentlich. Das hat zwar so manchmal so der allerletzte, die Schärfe gefehlt, so gerade in der ersten Halbzeit hätten wir die Möglichkeit gehabt, vielleicht auch nochmal einen Konter besser auszufahren. Er hat sich halt voll reingehauen. Er ist, ich meine, es haben sich halt einige Lücken aufgetan gegen Leverkusen. Darauf wurde reagiert. Ganz klar, Rocco Reitz hat irgendwie es geschafft, das Mittelfeld zusammenzuhalten. Es haben sich nicht so die ganz großen Löcher ergeben und er hat sowohl körperliche Präsenz reingebracht, als auch eher so eine Finesse. Der hat irgendwie was an sich, was so ein, ich würde so Instinktfußballer sagen. Also der hat irgendwas an sich, was interessant ist. Der hat was Feinfühliges und gleichzeitig bringt aber auch eine gewisse Robustheit mit. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass da was heranwachsen kann. Also dass der auch auf mehr Einsätze kommt, als ich es jetzt vor der Saison erwartet hätte. Ich glaube, wir haben irgendwann mal über Rocco Reitz geschmacken. Ich meine, wir haben sogar so eine Wette gemacht. Ja, wir haben so und so viele Einsätze. Ja, weißt du das noch? Ich glaube sieben Einsätze oder so? Ja, die kriegt er hin oder wer hat es dann gesagt? Ich habe gesagt, er hat weniger. Also ich weiß noch nicht, dass ich nicht auf ihn gesetzt habe und du gesagt hast. Ich war überzeugt? Ja. Okay. Du hast gesagt, irgendwie er wird sieben, acht, sieben Einsätze, glaube ich, kriegen. Ich würde mittlerweile mitgehen. Klar, es bleibt natürlich immer noch abschneiden. Es war heute auch wirklich schon auch richtig fett, was er da abgeliefert hat. Und der zweite Mann, der im Mittelpunkt stand, war Nikolas. Sagen es läufig, ne? Der aber auch wirklich drei, viermal echt den Körper reitgemacht hat. Er stand oft richtig. Ich weiß nicht, ob er irgendwann doch am ersten Mal da ab stimmt. Er hat Hand zur Latte gelenkt. So, der wäre reingegangen. Also es waren schon ein paar Dinge dabei, die er auch um den Pfosten gelenkt hat. Also es war schon enttäuschend, dass es dann nur ein Eins zu Zwei wird und nicht mindestens ein Eins zu Eins. Aber wir haben ja sogar geführt. Einfach schade, ne? Aber der Junge hat auf jeden Fall gezeigt. Wir hätten auch vier oder fünf Einzweilen können. Also in der ein paar Mal in der zweiten Halbzeit nicht richtig steht. Er wird auch angeschossen mal, aber der macht sich auch groß. Und wir hätten auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit noch mehr kassieren können. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ist so. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir da auf jeden Fall einen Mann zwischen den Pfosten haben, der jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen Omlinien ersetzen wird. Auf den man sich dann verlassen kann. Ja. Also das war Sippel auch, als der die ersten ein, zwei Jahre häufiger mal Sommer ersetzt hat. Hatten wir auch immer das Gefühl, wenn der im Tor ist, brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Und man scheint die Abschläge sogar besser. Ich zumindest. Ja, stimmt. So, das war immer sowas, was ich beim Sippel ganz cool fand. Das ist ja so flache Abschläge. Ja, der hat ja so eine richtig beschüsste Hänge einfach, ne? Habe ich jetzt heute bei Nikolas nicht so drauf geachtet? Ne, gab es auch nicht, weil wir ja versucht haben, hinten rauszuspielen, ne? Weil es ging versorgen. Also wirklich nahezu jede Situation. Kein langer Ball. Immer. Ich fand es immer ein bisschen grenzwertig. Über die Außen und dann an der Außenlinie und dann einmal klatschen und dann hätte was. Und das war das Problem, dass dann der Ball oft nicht kam. Und Schwanscharar zwangsläufig auch heute natürlich nicht so viel lang gesehen hat. Ja, da stehen ja zwei Kanten neben dir, ne? Ja. Der wird dann gut bearbeitet und dann ist es natürlich schwer, da auch mal irgendwie für Lichtblicke zu sorgen. Jordan kam rein. Vielleicht können wir da direkt, wenn wir einmal beim Stürmer sind, drüber reden. Was war dein erster Eindruck von ihm? Ja, man hat natürlich gehofft, dass irgendwie was Cooles passiert, dass noch eine Flanke in Strafraum segelt und er da irgendwie dran kommt. Fakt ist, der erste Ballkontakt war, glaube ich, eine Brustannahme, wo er mit dem Ball ins Ausgelaufen ist. Also es war natürlich auch schwierig. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, dass er noch Fremdkörper ist, dass diese eine Trainingseinheit natürlich nicht gereicht hat, um da jetzt irgendwie nochmal Akzente zu setzen. Und das war so ein bisschen schade. Ja, ist schade, wirkte einfach so ein bisschen unglücklich in den drei, vier, fünf Aktionen, die er hatte. Immer so gefühlt, Ball versprungen, ins Aus gegangen. Was ist da eigentlich ein Schmetterlingsfett oder? Oder ist das noch so schön? Oder ist das noch so schön? Oder ist das noch so schlecht? Nee, nee, kein Schmetterlingsfett. Das ist ein Schmetterlingsfett, oder? Okay. Keine Details. Keine Details. Okay. Ist auf jeden Fall gut, einen Ersatz zu haben für genau solche Situationen. Dass man auch mal irgendwie einen Sturm wechseln kann. Also wir haben auf jeden Fall mehr Optionen mehr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, inwieweit sich die beiden Stürmertypen jetzt gleichen. Ob das so ein mehr oder weniger 1 zu 1 Ersatz gemacht ist. Das wird sie zeigen. Ich hatte einmal das Gefühl, dass er nicht schnell genug ist, um den Kontakt vernünftig auszuspielen. Da gab es mit Playa auf links so eine Situation, wo die beiden sich... Ich hatte das Gefühl, er wusste nicht, was Playa machen will. Er hätte Linie gehen müssen, oder zumindest in den Raum rein. Hat er, ich weiß nicht... Nee, es war, es wirkte unglücklich. Muss man ganz ehrlich sagen. Hacker haben wir heute gar nicht gesehen, oder? Stimmt, ja. Stimmt, Hacker haben gar nicht gesehen, ne? So. Bleiben wir noch mal bei dem Lichtblicken. Und ich würde auch Lukas Ulrich dazu zählen. Oh. Ich erinnere mich an dieses eine Testspiel, wo er einfach vorne rumgewirbelt ist. Und ich dachte, ich hatte ihn irgendwie in dem Moment eingeschaltet und hab gesehen, oh Gott, was ist das denn? Er ist ja völlig drüber, aber halt in einer guten Aktion, wirklich eine gute Aktion nachgesetzt. Und heute kam der wieder genau dahin, wo ich ihn auch abgespeichert hatte. Gallig, mutig, zweikampfstark. Also er hat sich echt reingehauen in den Zweikämpfer, hat ein, zwei Balleruhrungen noch gehabt. Dann... Sich durchgesetzt. Ich weiß nicht, wie lange hat er gespielt, 20 Minuten knapp, 15, 20 Minuten. Mit Nachspielzeit bestimmt 20 Minuten. Ist auf jeden Fall für Luca Netz mehr als ein Konkurrent. Ich weiß nicht, wie war das mit Wömer auf links jetzt eine Dauerlösung werden könnte. Hoffentlich. Jetzt haben wir ja Schwedi. Stammt sich wieder. Genau. Also noch hat das Transferfenster in Portugal, glaube ich, auf. Und in, äh, hier. Die ganzen Emirates-Staten. Ja, gut, ja, glaube ich jetzt erstmal nicht dran, dass da was passieren wird. Aber WD ist ja heute reingekommen und, ähm, ja. Kann jetzt auch gut sein, dass wir dann eine Option mehr haben, ne? Und bei Sohl, man munkelt ja immer, dass, wenn er so, er hat im Vertrag stehen, dass, wenn er so und so viel einsetzt, dass er dieses Jahr hat, haben wir nochmal die Möglichkeit, nochmal zu verlängern, ne? Und wenn jetzt wirklich in den nächsten, oder in den letzten acht Tagen, sich keiner mehr findet, glaube ich aber auch, dass er da bleibt. Dass er eine Option auch ist, ne? Und dass man dann vielleicht auch... Wie da über Erwedi. Janschke hat sogar heute wieder, ähm, seine paar Minütchen bekommen. Und wie immer seinen Mann gestanden, richtig ordentlich. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Also, immer wenn Janschke reinkommt, hab ich so ein bisschen, äh, Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er überzeugt jedes Mal aufs Neue und, ja, macht eigentlich genau das, was, äh, was wir von ihm verlangen. Er schmeißt sich rein und gewinnt ein paar Zweikämpfe. Also, was hat heute gefehlt? Fünf Minuten oder vielleicht ein bisschen mehr Mut nach dem 1 zu 0, dass man vielleicht auch irgendwie aufs zweite Tor spielt? Oder war es einfach so, dass die zweite Halbzeit, dass man da einfach den aufkommenden Druck... Wir hatten ja sogar nach dem 1 zu 0 noch eine Chance. Es gab ja einmal diesen Rückpass auf Weigel, wo Weigel auch 16 Metern schießt, kurzes Eck. Und dann gab es so eine Tumult-Situation im Strafraum. Und dann hat er, glaube ich, noch mal den Ball bekommen und irgendwie nochmal eine Flanke geschlagen. Da hätten wir auch mit ein bisschen mehr Fortun, Fortun, äh, 2 zu 0 in Führung gehen können. Also, so unwahrscheinlich war es jetzt nicht. Ich weiß allerdings nicht, ob das viel am Spielverlauf geändert hätte. Beinahin wäre er wahrscheinlich auch in der Lage gewesen, 0 zu 2 noch irgendwie zu drehen. Ja, wir haben uns ja auch gewundert und haben während des Spiels gesagt, so jetzt haben wir fünf Wechsel seit zwei Jahren. Und bei einer Mannschaft wie Bayern München macht das einfach nochmal was ganz anderes aus. Wir können einfach nachschießen. Wo du denkst, ach krass, den haben wir auch, und Jordan spielt ja nicht. Und warum, ach, den Abri gibt es ja auch noch. Also es ist schon so, dass der Druck schon auch irgendwie zu groß war und uns dann die Entlastung gefehlt hat, die nicht mit Jordan kam, dann kommen halt Spieler mit, äh, an die 100 Millionen Markwert einfach 10, 15 Minuten vor Schluss rein und haben ihre volle Power und überlaufen uns. Aber du hast fünf Minuten vor Schluss gedacht, ja, schaffen das, wir packen das. Ja, ich habe ein gutes Gefühl, so ab der 70. habe ich gedacht, ah, wir haben irgendwie nur noch 20 Minuten. Bayern hat jetzt nicht so diese ganz, ganz, ganz glasklaren Chancen. Klar, der hat hier und da mal, äh, ne? Aber es war wie Handball, ne? Es ging die ganze Zeit um den 16er rum. Ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück, ähm, hätten wir es heute auch echt über die Zeit bringen können. Das ist leider nicht passiert. Dann ist es, äh, Tell, der eingewechselt, der immer noch auch so ein bisschen unter Radar läuft, aber irgendwie, äh, wohl Bayerns Zukunft sein soll, sonst, ich glaube, da stand auch mal ein Transfer in dem Sommer jetzt im Raum. Wurde ganz klar abgelehnt. Ja, die haben dann halt so einen von der Bank, den die einfach noch bringen können, ne? Neben, äh, Gnabry. Und das haben wir halt nicht. Und das ist auch in Ordnung. Wir sind auch immer noch Borussia Mönchengladbach, ne? Darf man nicht vergessen. Und man darf auch zu Hause in Bayern verlieren. Auch so wie heute. Auch so wie heute. Wir hatten da. Schulterschluss, Fans haben wieder gesungen, Gladbach ist der ganze Club der Welt. Und, äh, die Erfung wieder rein wurde angestimmt. Stimmt. Und geht ein Spiel auch mal verloren. War richtig laut, ne? War richtig nice. So. Und das ist ja auch einfach das. Wir merken, die Fans nehmen diesen Prozess an. Es ist ein Neuanfang, das wissen wir alle. Es sind viele Spieler gegangen, neuer Trainer. Und ich merke ein Kribbeln. Ich merke ein Kribbeln im Gesamtverein. Egal, mit wem ich rede. Alle haben weiterhin Bock. Ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie lange hält das an, ne? Verlieren wir jetzt in Darmstadt? Verlieren wir danach zu Hause gegen Leipzig? Und stehen dann irgendwie wieder einen Punkt nach. Wenn wir spielen da, dann weiß ich nicht, ob die Fans jetzt immer noch komplett dahinterstehen. Aber ich glaub, ich glaub sogar schon. Ich glaub, wir haben uns echt ein bisschen Kribbeln. Also, ich glaube, jetzt ist es aber schon so, dass wir gegen Darmstadt nicht verlieren sollten. Nicht verlieren sollten, ja. Also da... Aber letztes Jahr noch in Darmstadt verloren. So ist es nicht, ne? Im Pokal. Wir sind rausgeflogen in Darmstadt. Und das auch wenig unverdient. Die haben gut gespielt. Kämpfermannschaft. Ja, aber das haben wir ja jetzt auch ein paar Mal abgerufen. Also, trotz alledem, wenn die Mannschaft sich so präsentiert wie heute, das ist vielleicht eine der wenigen Dinge, die gut sind daran. Was heißt wenige? Ne, pass auf. Normalerweise hätten wir heute wirklich 1-0 gewonnen. Mit Gott und Nikolas und Reiz und wem auch immer. Und Alte Kind vielleicht auch nochmal zweimal. Der hat ja auch heute zwei, drei Situationen gehabt, wo wir nicht 100% d'accord waren. Stand halt im Raum. Aber hätten wir jetzt 1-0 gewonnen, dann wäre es ja früher so gewesen. Oder in der Gladbach-DNA, so fühlt es sich zumindest an, dass du dann die nächsten fünf Spiele einfach verlierst. Und da haben wir nicht auch gesagt, lieber verlierst du dann auch nochmal gegen Bayern und startest halt von relativ weit unten in der Tabelle. Aber musst dann so Spiele wie gegen Darmstadt. Und... Danach und Leipzig. In Leipzig muss man nicht gewinnen. Aber du musst da... Jetzt mal ganz ehrlich, weil Darmstadt muss mindestens einen Punkt bei... Also, nein, wir müssen Darmstadt wegkommen. Sehe ich im Prinzip auch so. Also, wir gehen auf jeden Fall als Favorit nach Darmstadt. Das steht außer Frage. Wir sind immer noch auf Großheimischen Gladbach mit der Bundesliga-Erfahrung, die wir halt haben. Darmstadt spielt das zweite Jahr Bundesliga in ihrer gesamten Vereinskarriere. Und sind als Aufsteiger auf jeden Fall der Underdog. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber nichtsdestotrotz wird das Spiel dann schwer. Aber ich weiß auch, dass wir mit einem Matchplan da hingehen. Ich warte auch, dass wir heute einen Matchplan gesehen haben. Unser Matchplan war halt heute, tief zu stehen, kompakt zu stehen und einfach beieinander das Spiel zu überlassen. Haben wir gemacht. Aber man hat ganz eindeutig gesehen, jo, das ist unser Plan. Und der wäre fast aufgegangen. Ich finde auch... Und in Darmstadt werden wir einen anderen Plan haben. Auch wenn ich sehe, wie Ceyuan an der Linie teilweise mitgeht, mitfiebert. Auch nochmal sofort nach dem Gegentor hat er nochmal umgestellt. Von 5 auf 4. Ja, ja. Nach einer Anleitung sofort alles angegeben. Ja, das ist richtig geil. Auch einzelne Leute nochmal angenommen und so richtig motivierend auf sie eingeredet. Macht schon Laune, ne? Also umso mehr ist es ärgerlich, dass es nicht zumindest dieser eine Punkt geworden ist. Ja. Mund abwischen, weitermachen, auf Darmstadt gucken. Länderspielpause. Wir haben jetzt wirklich zwei Wochen wieder so ein bisschen Fußballabstinenz. Länderspiel werde ich mir auf jeden Fall auch nicht angucken. Gegen Wegen. Weiß ich. Also von daher. Er juckt einfach nicht. Ich bin immer nur Gladbach-Vereins-Fußball-Fan gewesen und habe mit der Nationalmannschaft einfach nichts an Mut. Keine Ahnung. Ich habe auch... Ich weiß nicht mal, wer da gerade spielt. Wir haben wahrscheinlich ein paar Bayern-Spieler. Völkrug, glaube ich, ne? Dass der übrigens nach Dortmund gegangen ist. Ich mag gerade sagen, ne? Ist irgendwie komisch. Ich meine, Dortmund hat jetzt halt Allaire, Völkrug und Mokoko als Mittelstürmer. Und davon spielt immer nur einer. Voraussichtlich. Die haben natürlich auch mehrere Wettbewerbe. Du kommst auf jeden Fall auf Einsatzminuten, weil du auf jeden Fall die letzten 20 Spiels in der Champions League oder so. Das wird schon drin sein. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass der Länge geht. Also, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie komisch. Komischen Transfer. Ja, aber scheiß auf... Scheiß auf Dortmund. Scheiß auf Nationalmannschaft. Wir haben in der Spielpause. Wir haben dann nach Darmstadt, vor der Großbahn, dann kommt Leipzig und dann kommt das Auswärtsspiel in Bochum. Dann wird sie drei Spiele mal nehmen. Zwei Auswärtsspiele, wo wir Favorit sind. Ein Heimspiel, wo wir tendenziell eher nicht Favorit sind. In wie vielen Punkten wärst du zufrieden? Sechs. Sechs? Ja. Zwei Auswärtssiege und das Leipzig-Spiel verlieren wir. Oder was? Sieben. Nein, Spaß jetzt. Was soll ich sagen? Ich will natürlich... Ich will eigentlich noch gar nicht an Leipzig und Bochum denken. Es ist jetzt, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die Jungs, die angeschlagen sind. Skelly ist raus und sah auch irgendwie so aus, als wenn sie irgendwie Oberschenkel... Früher hatte man zerrungen, gesagt heute ist da keine Ahnung was für ein... Teilabriss in Irland. Ja. Ne, ja stimmt, das sah unglücklich aus. Ja, das ist alles kurz. Vor allem auch sofort. Vor allem noch die Handruppen. Haben jetzt nicht so viele Rechtsverteidiger. Ja, de facto halt keinen weiteren. Außer Walde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass... Aber gut, da hatten wir jetzt auch wieder Optionen. Also Janschke, Elbehi und ich wette, dass auch Anita Kura theoretisch rechtsverteidigen könnte. Also das ist, glaube ich, scheiße, wenn er jetzt ausfallen würde. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so ein großer Verlust, wie wenn... Keine Ahnung. Ja, eigentlich... Doch, wir sind eigentlich momentan wieder ganz gut doppelt besitzt, ne? Die ist das. Wir haben über einen noch gar nicht geredet. Wie fandst du Friedrich? Hatte heute auf jeden Fall einige gute Aktionen. Also, dass der Kopfball stark ist, war ja eigentlich schon immer klar, ne? Einen an die Latte gesetzt. Ja. Das war seiner. Generell bei Standards immer gefährlich. Auf jeden Fall. Ja. Defensiv viele gute Aktionen gehabt. Durchgeblieben am Ball. Es gab auch so Situationen, wo du dachtest, er schlägt den jetzt lang und hat den nochmal... Also erster Halbzeit. Sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Er sah heute wirklich wie eine Option aus. Und er hatte sogar ein Lauf-Duell, wo ich mich gewundert habe. Gegen Müller? Ja, es war gegen Müller. Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte, wenn das Lauf dann gegen Sané oder was gewesen wäre. Aber, ja, nichtsdestotrotz, er hat heute eine absolut solide Partie gemacht. Also, ich habe jetzt heute keinen negativen Punkt, der mir irgendwie besonders aufgefallen wäre an seinem Spiel. Habe ich aber eigentlich generell bei wenigen heute. Ich wollte gerade sagen, gab es einen Flop? Nee, ne? Ich habe mir vorhin schon so Gedanken gemacht, reden wir uns heute wieder über Top 2, Flop 2. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wen ich als Flop bezeichnen würde. Es ist eigentlich alles... Alle haben Einsatz gezeigt. Alle hatten gute Aktionen mit dabei. Es sind dann eher so ein paar herauszuheben, die sich positiv aufgetan haben. Haben wir gesagt, Reiz, Nikolas. Ich fand, Neuhaus hatte heute so ein bisschen Hy-and-Hot-Situationen. Der hat auf jeden Fall auch Zweikampfstärke bewiesen heute. Seine Pässe waren halt nicht ganz so präzise. Er hatte immer mal wieder so einen ziemlich unnötigen Fehlpass im Aufbau. Und man dachte, oh nein, jetzt spielt er wirklich den Querpass genau in die Füße von dem. Ja, aber möchte jetzt auch nicht mich zu negativ darüber äußern. Also es ist schon eine Ordnung gewesen. Eigentlich wirklich durch die Bank weg. Oder ist dir irgendwas Negatives gerade im Kopf? Nein. Einfach nicht, ne? Gar nichts. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben die ersten zwölf Minuten nicht gucken können. Ja, die Umstände. Was da passiert ist, ne? Keine Ahnung. So, wir sind auf jeden Fall ein Müh zu spät gekommen zum Spielen. Ich glaube, es gab eine Chance. In der Halbzeit haben wir gesehen, eine Chance. Es gab irgendwie einen Kopfball von Bayern, der war relativ mittig aufs Tor kam und Nikolas den einfach gefangen hat. Ich glaube, viel sonst haben wir nicht verpasst. Wir sind dann gekommen, haben uns dann nach fünf Sekunden sofort gesehen, okay, wir stehen komplett anders. Das ist ein komplett anderes Spiel als letzte Woche. Und dann hat es ja, glaube ich, 20 Minuten gedauert in etwa bis zum 1.0 oder eine Viertelstunde, wo wir echt so ein, zwei Passagen hatten, die Mut gemacht haben, wo wir nach vorne gedrungen sind. Und das hat halt in der zweiten Absitz ein bisschen gefehlt. Also die Entlastung, ne? Generell. So gut wie gar keine und die wenigen Chancen, die wir hatten, haben wir einfach kraftlos. Also es hat immer ein bisschen was gefehlt. Ein bisschen Schärfe der letzten. Der hat auch so dieser ganz konkrete Zug zum Tor. Ja. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich weiß, wir wollen jetzt nicht in der Vergangenheit bleiben, aber so ein Tyrann hätte vielleicht jetzt irgendwie nochmal ein 1 gegen 1 gesucht und wäre nochmal Richtung Tor gezogen. Das hat mir auch so ein bisschen gefehlt in den Situationen, wo die Chance sich aufgetan hätte. Player oder auch dann Jordan oder so. Dann kommt Onora rein und wir denken so, jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit. Dann wird gefoult. Zumindest irgendwie auflaufen lassen. Keine Ahnung. Als er ihn durch die Beine gespielt hat, war er andersrum, wenn ich ihn ehrlich gesagt auch nicht haben wollen. Aber in dem Moment haben wir natürlich beide aufgeschrieben und haben faulgeschrieben. Ja. Ja. Und kurze Zeit später fällt dann auf deiner Seite das 2-1, ne? Das wäre nochmal unsere eine Situation gewesen, wo wir vielleicht nochmal einen Freistoß scharf vor der Seite spielen können. So, jetzt haben wir wie in jedem Spiel gefühlt 10 Minuten Nachspielzeit und haben diese allerletzte Chance. Es gibt nochmal einen Freistoß und Nikolaus rennt nach vorne und du denkst so, jetzt gibt es diese letzte Chance und Onora kriegt den 16 Meter halb rechte Position einfach so vor die Füße und ich habe gedacht, Junge, jetzt baller halt das Ding drauf oder Flank. Oder einmal mitnehmen, gucken was passiert und dann vielleicht auch Jordan oder wer auch immer. Es waren diesmal alle vorne, aber die allerletzte Chance, so kläglich zu vergeben, es tut einfach weh zu helfen. Ja, also als wäre er selbst einfach nicht sicher gewesen, was mache ich jetzt am besten, schieße ich oder flanke ich und dann lupft er den da irgendwie mehr oder weniger, so drei Meter was Tor. Bitter. Wirkte irgendwie so ein bisschen hilflos. Ja. Oder unüberlegt oder wie auch immer oder zu viel nachgedacht. Ich weiß es nicht. Er war einfach noch nicht im Spiel, ne? Er kam ja relativ spät, hat mich übrigens auch gewundert. Ja. So, aber lief ja und er hätte auch wirklich eine Waffe werden können, ne? Ist ja auch irgendwie nicht so verkehrt, so ein Spieler dann mal von der Bank bringen zu können, ne? Um einfach auch nochmal einen Impuls setzen zu können. Aber der ist heute so ein bisschen ausgeblieben. Ich hatte gedacht, dass er vielleicht Zorn nochmal einen Ball festmachen kann, Konter gehen kann, so wie... Ecke rausholt, Freischuss rausholt. Vielleicht auch mal eins gegen eins geht. Ja. In den Strafraum zieht. Da aber... Ist heute einfach irgendwie nicht passiert. Leider in der zweiten Halbzeit zu wenig Zug. Ja. Ja, haben wir noch was auf unserer Bucketlist? Äh, weiß ich nicht. Schauen wir mal ganz kurz. Ach ja, die Technik wurde wie immer präsentiert von Marcello Pledge Solutions. Ne? Äh, bitte schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was das da an deinem Hals ist. Das würde ich gerne noch einmal geklärt wissen. Ja, wo das herkommt. Na? Wo das herkommt. Es ist... Es ist ein Schmetterling. Es ist doch ein Schmetterling, ne? Es ist ein Schmetterling. Das ist ein Schmetterlingsknutschwerk vielleicht. Nein. Nein. Es ist kein Kuss. Ja. Also, wenn ihr das rauskriegt, äh, schreibt es bitte gerne rein. Vielleicht wissen es auch schon viele Freunde von dir. Nein? Nein? Das weiß keiner? Nein. Das war eine Überraschung für heute. Wir sagen überhaupt nicht, warum hier unter dem Schaden. Wir wollen nicht verstärken. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, haltet den Kopf oben. Gladbach ist der geilste Klub der Welt. Das sind zwei Wochen.